Mit Susi Brandt. Guten Abend. Ganz Autofahrer Deutschland schaute heute nach Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht hat das mit Spannung erwartete Urteil zu Dieselfahrverboten verkündet. Die Richter entschieden, dass die Städte Dieselfahrverbote verhängen dürfen. Was das wiederum bedeutet, erklärt Marco Litzenberg. Na, da haben wir also noch ein paar Jahre Luft. Oder eben auch nicht. Was das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge so mit sich bringen würde, das zeigen wir jetzt mal am Beispiel von Halle. Das ist derzeit nämlich Sachsen-Anhalts einziger Ort, wo die Schadstoffkonzentrationen an der Paracelsusstraße immer wieder die Grenzwerte überschreiten. Und das könnte bald Auswirkungen auf den Verkehr haben. Viele von uns haben ein mulmiges Gefühl, wenn sie sich im Krankenhaus einer OP unterziehen müssen. Die Angst, sich mit einem multiresistenten Keim anzustecken, ist groß. Zu Recht, jeder Patient, der sich infiziert, durchlebt ein wahres Martyrium. Besonders häufig passiert das in Sachsen-Anhalt. Mit 6,59 meldepflichtigen Fällen pro 100.000 Einwohnern ist das Risiko hier das zweithöchste in Deutschland. Treffen kann es jeden, wie das Beispiel eines 45-Jährigen zeigt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bei Drogenrazzien, unter anderem in Halle und Zeitz, hat die Polizei heute Morgen mehrere Wohnungen, Garagen und Geschäftsräume durchsucht. Dabei stießen die Ermittler auf eine Cannabis-Plantage mit über 300 Pflanzen. Außerdem fanden sie mehr als zwei Kilogramm Marihuana sowie Waffen und Munition. Ein 29-jähriger Mann wurde festgenommen. Bei den Razzien mit insgesamt mehr als 100 Polizisten wurden auch Gebäude in Sachsen und Thüringen ins Visier genommen. Die weiteren Ereignisse des Tages jetzt in den Nachrichten. Wer an geschichtlichen Ereignissen in unserem Land interessiert ist, dem empfehle ich heute Abend die Dokumentation der Osten. Entdecke, wo du lebst. Es ist die Geschichte der Waggonbauer aus Halle-Amendorf. Als Lindner AG kannte ihn einst jedes Kind. Als volkseigener Betrieb war er zu DDR-Zeiten ein echtes Schwergewicht. Und das, obwohl er sich streng genommen auf ein einziges Erzeugnis konzentrierte. In der Kindertagesstätte Menz, einem Ortsteil der Stadt Gommern, wüteten die Stürme des letzten Jahres wirklich schwer. Wege wurden zerstört, Spielgeräte durch umstürzende Bäume schwer beschädigt. Die Kita ersendete MDR Sachsen-Anhalt heute einen Hilferuf. Und mitmachen statt meckern antwortete mit einem gemeinnützigen Arbeitseinsatz. Als wenn der Michael es halten könnte. Ja, wenn auch Sie irgendwas haben, was Ihnen unter den Nägeln brennt, wo Sie sagen, da brauchen wir unbedingt Unterstützung, melden Sie sich doch einfach auf MDR Sachsen-Anhalt heute, finden Sie natürlich alle Infos dazu. Und jetzt gucken wir uns auf weitere Nachrichten in einem zweiten Nachrichtenblock. Beim Spiel der Woche stellen wir Vereine in den Mittelpunkt, von denen man sonst eher selten etwas hört und sieht. Der SV Friesen-Frankleben in Braunsbedra im Saale-Kreis ansässig hat uns auf sein Turnier des Jahres aufmerksam gemacht. Hier kicken also Freizeitfußballer schon zum 27. Mal gegeneinander. Allerdings mussten sie nun schon zum zweiten Mal direkt nach Braunsbedra ausweichen, da die eigene Halle in Frankleben abgerissen wird. Auch den HFC-Fan aus Frankleben eben wird diese Nachricht sicher freuen. Der HFC ist finanziell gerettet. Das hat der Vereine MDR Sachsen-Anhalt heute mitgeteilt. Das Finanzloch von 1,4 Millionen Euro kann geschlossen werden. Rechtzeitig, bevor der Verein am 1. März beim Deutschen Fußballbund die Lizenzunterlagen für die kommende Saison einreichen muss. Die Torsten Magis vom SV Halle ist im Zweier- und im Viererbob zu zwei Olympiasiegen gerast. Der Goldanschieber von Francesco Friedrich wurde bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Halle-Leipzig und dann in einer Szene-Kneipe in Halle wirklich groß gefeiert. Und da dürfen sich der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt und sein Verein, der SV Halle, wirklich auf die Schulter klopfen. Es war eine mutige Entscheidung vor ein paar Jahren, Bob-Anschieber in der Trainingsgruppe der 10 Kämpfer mittrainieren zu lassen. Der Mann muss Eis und Schnee einfach lieb haben, allerdings vielleicht nicht in dieser Intensität. Ja, nicht nur der Brocken gleicht einem Eisschrank, sondern ganz Sachsen-Anhalt. Susanne, wie stark gehen die Temperaturen denn heute Nacht in den Keller? 9 Grad am Montag, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Hitze umgehen soll. Naja, ich lasse mir was einfallen. Wir sehen uns auf jeden Fall erstmal morgen Abend wieder mit allen Neuigkeiten aus Sachsen-Anhalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017